Herzlich willkommen! Chinas Präsident Xi Jinping besucht Frankreich. Am Sonntagabend wurde er von Premierminister Gabriel Attal begrüsst, 60 Jahre nachdem Präsident Charles de Gaulle Wang Zen empfing den ersten Botschafter Chinas. Frankreich nahm damals diplomatische Beziehungen zu Maos kommunistischem China auf, was dem Blockdenken des Kalten Kriegs zuwiderlief. Vor einem Jahr machte sich Emmanuel Macron bei seinem Besuch in China de Gaulles Maxime einer strategischen Autonomie Frankreichs zu eigen. Kritisiert wurde er für seine Worte, dass wir uns beim Thema Taiwan nicht an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten. Denn damit schien er Washington und Peking gleichzusetzen. China scheint die Spaltung Europas ausnutzen zu wollen. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine, den Peking nicht verurteilt hat, und des Handelsstreits mit der EU testet Xi die Grenzen der westlichen Einheit aus, auch indem er ausser Frankreich europäische Länder besucht, die sich mehr am Osten als am Westen orientieren. Xi Jinping reist auch nach Ungarn zu Viktor Orbán. Der Mitbegründer der Partei Fidesz tritt für eine illiberale Demokratie ein, die sich zwar an Wahlergebnisse hält, aber gegen den Rechtsstaat verstößt. Sein Leitmotiv ist die Unabhängigkeit von einer EU, die sich zu sehr einmische und zu liberal und multikulturell sei. Damit kommt er bei der extremen Rechten in Europa gut an. Ungarn widersetzt sich immer wieder Waffenlieferungen an die Ukraine und dem EU-Embargo gegen russisches Erdöl. Ausser Russland ist auch China inzwischen ein willkommener Partner für Orbán und Ungarn ist Teil von Chinas Projekt einer neuen Seidenstrasse. In diesem Rahmen finanziert Peking auch zwischen Budapest und Belgrad den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. In die serbische Hauptstadt wird sich Chinas Staatspräsident diese Woche übrigens auch begeben. Denn China investiert massiv in den Westbalkanstaaten. Die EU ist zwar weiterhin ihr wichtigster Handelspartner, aber China folgt unmittelbar darauf. Der Warenhandel und die chinesischen Investitionen in Hafenanlagen, Bahnstrecken und Autobahnen im Rahmen der Seidenstraßeninitiative nehmen zu. Mit Serbien reicht die Zusammenarbeit durch Rüstungslieferungen bis in den militärischen Bereich und mit Überwachungssystemen in den Sicherheitsbereich. Eine Premiere in Europa. Mit seinem Besuch in Europa verfolgt Xi also mehrere Ziele. Er umwirbt Länder, die noch nicht der EU angehören, wie Serbien oder gegen deren Regeln verstoßen, wie Ungarn oder Orbán. Und er setzt auf Frankreich, um sich nicht mit der EU auseinandersetzen zu müssen, auch wenn Ursula von der Leyen nach Paris gekommen ist. Auf diese Weise könnte er etwaige Meinungsverschiedenheiten ausnutzen. So wurde Bundeskanzler Scholz nach seiner China-Reise vor drei Wochen vorgeworfen, und er stelle den Verkauf deutscher Autos vor das Allgemeininteresse der EU. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017